Willkommen zurück zu The Walking Dead und einer kleinen Vorgeschichte. I'm a pro at this point. No, 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 I insist. Grab this sponge and you're gonna be eating it too. It's not a big deal, I've got it. Nah, I know you don't mind, but I won't be here for too long. Just, you know, gotta get back on my feet a little. You're right, I don't mind. But David does. Is that it? Maybe a little bit. Actually, forget I said that. That wasn't for me to... Just forgive me, sorry. He's always talking about how I'm never around. Then, when I'm actually here, he acts like he doesn't know me. It's complicated. But look, he loves you. You're his brother. He's got an odd way of showing it. So where do you think you'll go? Don't know. With what happened? I'd be amazed if I could get a job assistant coaching t-ball. You'll land on your feet. Well, here's hoping. I could use a fresh start. Nah, I'll probably just travel around. You know, see what's out there. Wanna take me with you? Well? Hmm. Uh... Sure? Just finish up with those dishes and I'll bring the car around. But I picked the music. Huh. Yeah, never mind then. You know I'm just messing around, but... It's hard to say no to a fresh start. I always wanted to go to Norway. See the Northern Lights. You'll be jet setting and... I'll still just be here. Oh! Oh, God damn it! Oh! Oh! Shit, 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 shit! Well that was David's Army Glass. Oh, he's going to be so pissy about it. I can hear him already. Oh! Oh! So annoying. Der David? Das wussten wir ja noch gar nicht, nur so ein bisschen. Glasses break, he'll understand. Not with this glass. Das Army-Glas. Yeah, there you go. See? Much better. Wo ist das Neues? Guys! Hmm. Hello? My CEO gave me that. And unless you want to dig up his fucking corpse, he's not gonna give me another one. Why don't we get an actual dishwasher? Oh, here we go again. Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork. Excuse me? If we could even afford a dishwasher. You're both overreacting, okay? It's not that big a crisis. Stay out of this, Javi. We don't see your ass for a year. A year. Then when your life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet. All for Prince Javi. And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? This isn't about him. Really? He's the one standing right there judging me for something he doesn't understand. You don't know him like I do. Always judging everyone, except himself. You know what? You're right. It's none of my business. No. It's not. I'm sorry about the glass. Really. It's fine. It was an accident. Don't worry, I can handle him. He's just in a mood. Trust me, it won't last. It's all a bit creepy with the brother and so. I don't know. Wir sind natürlich da geblieben. Der letzte Ort. Der Nichte. Die Tochter von David. I already dug a grave for her. Thank you. Mann, 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 Mann. Krasse Geschichte. Ich glaube, sie war ein guter Mensch. You deserve so much better than this. Fuck, it wasn't supposed to go like this. Harvey. Thank you for staying. I think you probably saved my life. Verzweifelt ist er. Wir hätten den einen nicht gehen lassen sollen. Aber wir sind ja immer noch der Gute. Das muss man ja klar sagen. Kassettenspieler zurücklassen. Kassettenspieler zurücklassen. Hey, hang on a sec. Und noch mal. Das kann jetzt was dauern. Aber wir hatten doch eine Candy Bar. Die haben wir hier nur nie gegeben. Das war für mich. Das war für mich. Sie schützt mich. Jedenfalls... Jedenfalls entfernt. Du hast alles, was du möglich hast. Aha. Den kennen wir ja bereits. Und wir sagen, hasta la vista! Ist doch eine größere Gruppe, oder? Haben die alle das Tattoo? Oh, shit. Was? Was ist falsch? Clem? Ich habe diese Leute schon vor. Wer sind sie? Bitte? Sie sich nennen, die New Frontier. Sie sind eine gute Leute. Jetzt sind sie etwas anderes. Sie haben sie... Sie haben... Es ist wie eine Initiativität. Ich war... ...kinda stuck in ihre Kampen für ein paar Mal. Nicht von wählen. Es war schlecht. Ich bin glücklich, dass ich alive bin. Sie sind nicht zu leben. Sie sind nicht zu leben. Sie sind ein Prisiner? Ich bin raus. Das ist alles, was wichtig. Sie haben eine von ihnen hinterlassen. Das ist zumindest etwas. Was? Just like you always wanted. I can take you back to Prescott. Make sure your family is okay. But then I'm hitting the road. Tja... Wir wollen sie auf jeden Fall bei uns behalten, natürlich. You should stay with us. Let's just get back to Prescott. Die wird auf jeden Fall bei uns bleiben, oder? Die Kampen. Mann, Mann, Mann. Da geht's ab. Und weiter geht die Reise auf nach Prescott. Gucken, was mit Kate ist. Ob die das überlebt hat oder nicht. Es geht hier Schlag auf Schlag wieder mal bei The Walking Dead. Und schön, dass du eingeschaltet hast hier auch bei dieser neuen Episode. Diesmal ist ja gar nicht so viel Zeit dazwischen vergangen. Und wenn du alle Folgen, auch die anderen Staffeln sehen willst, einfach mal in der Playlist vorbeischauen. Einfach mal die Beschreibung anklicken unten. Da sind alle Links drin. Und da sind wir wohl zurück. In Prescott. Ob die uns jetzt reinlassen. Wir sind natürlich auch aus der Stadt geflüchtet und so weiter. Es ist ja alles ein bisschen prekär. Du bist zurück. Meine Familie... Did Eleanor get them here okay? Sie hat. Though, okay isn't the word I'd use to describe them. Eleanor's been doing what she can. You'd best get over to the infirmary. You made it back. She asked for you. You know. Hmm. Shit. Please. Please just tell me how she's doing. Well. She came through the surgery as well as could be expected. Those bastards did her one favor at least. Any lower and that bullet would have torn her stomach lining as well. Your boy Gabe. Your boy Gabe. He seems really fierce. He wanted to help so badly. He practically forced me to let him stay. That's Gabe. But she was bleeding so much he... Got overwhelmed. I don't. So when's she gonna be up on her feet again? She's stable. For now. But she's still bleeding inside. I don't wanna lie to you. It's probably just a matter of time. I... I wish I could do more. No. I don't accept that. I can't. I've done everything I can for now. I'm sorry, Javi. I'm going to get cleaned up. You may want to find Gabe. He looked pretty upset when he left. This isn't gonna make him feel any better. Still. I'll track him down. Man, man, man. Kate wird wohl drauf gehen. Wurde da übel. Was macht er denn da? Die Karre ist ja ein richtig krasses Ding. Wonder if it would have been faster than the horses. Hm, vielleicht. Bitter, 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 ey. Jetzt haben wir die vielleicht verloren. Hier kommen wir nicht weiter gerade. Okay, dann reden wir mit... ...dem guten Trip. How's she doing? Not great. As well as can be expected. Yeah, considering. If you'd waited for me instead of sneaking off the way you did, I could have helped. Would have been useful in the fight at least. Not that you had any way of knowing those assholes are gonna show up. Same thing crossed my mind. Believe me. But I couldn't wait to go after my family. Next time, if there is a next time, wait a little longer, okay? It's a hell of a situation. Just know I'm praying for you. All of you. And whatever happens, you all are welcome to stick around and impress God. If that's what you want. Nobody's gonna force you, but we'd be glad to have you all here. I'm not gonna make a decision like that without talking to Kate, so... I'd rather check in with her when she's feeling better, you know? Sure thing. Let the lady weigh in first. Ja, ja, ja. Müssen schauen, wie sich die Dinge hier wenden und drehen. Aber Trip scheint ein echt guter Kerl zu sein. Er schien ja auch von einfach an jetzt nicht wirklich böse, aber er scheint doch besser zu sein, als wir gedacht haben. Ohne Wasserflasche, die könnten wir mitnehmen erstmal. Schauen wir uns das Flugzeug hier an. Und hier gibt's schon viele Leute in Prescott. Da oben sitzt da der Gronkh. Ja. Lange her. Okay, schauen wir uns da mal die Wasserflasche an, denn die könnten wir vielleicht gebrauchen noch. Und alles, was wir mitnehmen könnten, können, sollten wir auch mitnehmen. Ist ihn einfach easy to grab? Ja, komm. Wahrscheinlich sind die zum Mitnehmen gedacht. Für die Bevölkerung von Prescott. Dieser Siedlung, die irgendwie den Anschein hat, dass hier alles noch normal wäre. Oder das Beste zumindest aus dieser Zombie-Apokalypse macht. Wobei es auch hier zwielichtige Leute gibt, wie wir ja in Erfahrung bringen durften. Wobei da auch Clementine mit diesem Händler ein bisschen falsch reagiert hat. Oh, was ist denn da? Sieht die Außenmauer nicht mehr so frisch aus oder warum? Können wir die untersuchen? Das ist aber gar nicht so gut. Drück mal Shift, dann geht da ein bisschen schneller. Hm. Das sieht nicht super stark aus. Ja, das bedeutet, wir müssen da was tun auf langer Sicht. Konrad, den kennen wir doch, den Barkeeper. Hey, have you seen a kid come through here? Blood all over his hands? Dark look on his face? Headed off that way, without saying a word. If I were you, I'd give him some space. Just my advice, one parent to another. Wish I could, but uh, I don't think I can. Okay. But he sure didn't seem like he was in the mood to talk. That blood, I take it that wasn't his? His stepmom's. You gotta stay strong for her. Do whatever it takes. Know if my friends seen her in the same situation, I'd fight like hell. Anything we can do to help you out. Just let me know. I, uh, appreciate that. Your boy stopped off towards the front gate. Okay. Na, dann gehen wir da mal lang. Hier kommen wir nicht weiter, deswegen ab hier durch. Oh, er lässt ein bisschen Gay-Wut raus. Gay, come on. Look at me. I wanna go back and bury Mariana. We buried her. It was... peaceful. How could it have been peaceful? I know how much you miss her, Gabe. I miss her too. And Kate, she needed me during her surgery. She needed my help. I just ran away like a stupid little kid. You stayed long enough to do some good. And cause of that, I'm proud of you. You were there for her. As much as you could be. That doesn't count. I'm done feeling this way. Feeling... powerless. I can't be some helpless little boy anymore. I need to be a man. Just like my dad was. He knew how men were supposed to act. You're already a man, Gabe. I'm not. But at least I know it now. Next time, I'm not gonna sit back and watch. I'm gonna do something. I have to. Listen. Gabe. Ach du Scheiße. Kriegen wir jetzt Gesellschaft? Get inside! Now! Das ist bestimmt die Bande. Die New Frontier. Die New Frontier.